Also ich hoffe sehr, dass meine Überlegungen aus der Perspektive einer schreibdidaktisch Beratenden, also ich verstehe mich wirklich als Beraterin, für Sie als Kollegin und als Lehrende und Forschende an der Universität Wien und an anderen Hochschulen in Wien, wie ich gehört habe, von Interesse sein werden. Ich arbeite selbst seit 20 Jahren im Schreiblabor der Uni Bielefeld und das hat sich, anders als viele andere Schreibzentren, sehr stark auf das Schreiben in den Fächern, also vor allen Dingen auf die Kooperation mit Lehrenden und mit ganzen Studiengängen verlegt. Und das heißt, wir haben einen sehr starken Blick auf die Disziplinen und dürfen immer wieder, und das ist natürlich ein großes Privileg, Erfahrungen machen, auch in der Zusammenarbeit mit Fachwissenschaftlern und Lehrenden in ganz unterschiedlichen Disziplinen. Und wir unterstützen sozusagen mit unserem prozessorientierten Praxiswissen und auch mit dieser, aus der Beratung auch von Schreibenden, Studierenden, Doktoranden und so weiter stammenden Perspektive auf die subjektive Seite des Schreibens. Denn das ist ganz wichtig, also sozusagen das Subjekt im Blick zu haben. Also die Grundidee, mit der wir arbeiten, ist ganz einfach. Im Fach zu schreiben und schreiben zu lernen, bedeutet im Fach handeln zu lernen und zu handeln. Und umgekehrt, Neulinge im Fach eignen sich fachliches Denkhandeln vor allem auch an, indem sie fachlich schreiben und natürlich lesen. So wird man durch Bauen ein Baumeister und durch Kitarer spielen ein Kitarer-Spieler. Schreiben lernt man durch Schreiben und fachlich Handeln lernt man durch fachliches Handeln. Wenn man Absolventen eines wissenschaftlichen Studiums fragt, wodurch sie im Studium am meisten gelernt haben, dann sagen die meisten, dass sie beim Schreiben von Experimentberichten, Haus- und Abschlussarbeiten besonders viel über ihre Disziplin, ihre tragenden Epistemologien, ihre Handlungsnormen und kommunikativen Konventionen gelernt haben. Ich schicke diesen berühmten Satz aus der nikomachischen Ethik des Aristoteles aber auch deshalb voraus, weil es bei Aristoteles nicht nur um das Lernen von Techniken und Fertigkeiten geht, das auch, also durchaus, auch wenn Ethik erstmal den Eindruck vermittelt, dass es darum gar nicht geht, aber es geht darum, sondern vor allem auch um das Entwickeln von Haltungen, aus denen heraus die gebildeten Individuen kluge Entscheidungen treffen und wohlbegründete Handlungen vollziehen können. Auch das lässt sich meines Erachtens sehr gut auf das Studium an der Universität oder Fachhochschule oder wie auch immer, also auf diese Phase des Lernens übertragen. Ich will in diesem Sinne zunächst noch einmal das Forschende studieren definieren, so wie ich den Begriff hier verwenden möchte und ich will versuchen, den Stellenwert des Schreibens in der Forschung zu bestimmen, also überhaupt, was, welche Rolle spielt das Schreiben in der Forschung. Danach möchte ich unter der Überschrift das Schreiben vor dem Schreiben auf Formen des Schreibens im Prozess des Forschens eingehen. Wie wird es genutzt, um Forschung zu gestalten und voranzutreiben? Und schließlich komme ich darauf, wie die Funktion des Schreibens als Wissensentwicklungsmedium in der Lehre genutzt werden kann. Die Sozialformen, auf die ich dabei schauen möchte, sind im weitesten Sinn kolloquiale Situationen von der Laborbesprechung bis zum Seminar oder Kolloquium selbst. Also zunächst mal zum Stellenwert des Schreibens in der Forschung. Erstmal Definitionen. Wenn ich von forschendem Studieren spreche, das habe ich jetzt auch hier nochmal aufgeschrieben, dann meine ich alle Arten des Studierens, in denen die Studierenden allein oder mit anderen eine fachliche Fragestellung oder ein fachliches Problem mit fachlichen Mitteln bearbeiten, um Erkenntnisse zu produzieren. Also um Neues oder Eigenes zu produzieren und nicht einfach nur, um irgendwas zu replizieren oder nachzumachen. Das ist das Wichtige. Ob diese Erkenntnisse jetzt neu für den übergreifenden Fachdiskurs im Sinne der Weiterentwicklung nicht nur einer lokalen Diskussion oder Denkmöglichkeit sind, sondern der eines Forschungsfeldes der jeweiligen Disziplin, ist für meine Fassung des Konzepts erstmal nicht wichtig. Also es geht mir darum, dass sozusagen die Subjekte Erkenntnisse produzieren und möglicherweise in einem Kommunikationszusammenhang diese Erkenntnisse dann diskussionsfähig werden, der konkret vor Ort, zum Beispiel im Seminar, stattfindet. Mir geht es um einen genauen Blick auf das Studieren, Lernen oder die fachliche Sozialisation der Individuen, die die Erfahrung machen, wie es ist, in der jeweiligen Disziplin Erkenntnisse zu produzieren. Ich will hier übrigens auch nicht auf die interessante Diskussion um begriffliche Unterscheidungen zwischen forschendem, forschungsorientierten, forschungsnahen oder forschungsbasierten Lernen und Studieren eingehen. Also wenn Sie da ein bisschen zu gelesen haben, dann werden Sie das wissen, dass da gerade sehr viel auch publiziert wird zu dem Thema. Das ist auch sehr interessant, aber ich bleibe sozusagen bei der Definition, forschendes Studieren bedeutet, wenn einzelne Studierende das auch tatsächlich tun und nicht nur, wenn Sie zuhören oder dabei sind oder Teile dieses Prozesses vollziehen. Und ich sage es nochmal mit Ludwig Huber, forschendes Lernen besagt sprachlich mit dem Partizip forschend, dass die Lernenden selbst forschen, Lernen und Forschen auch der Tätigkeitsform nach zusammenfallen. Der harte Kern des forschenden Lernens steckt im eigenen Tun der Studierenden. Forschendes Lernen und ein Lehren, das dieses den Studierenden ermöglichen will, durchläuft idealtypisch den gesamten Lern- und Forschungszyklus. Wichtig ist also, dass die Studierenden es selbst tun und dass sie den gesamten Prozess vollziehen, so wie er im Fach üblicherweise verläuft. Nun bedeutet forschendes Lernen oder forschendes Studieren in unterschiedlichen Disziplinen natürlich gänzlich Unterschiedliches. Hier ist jetzt eine Typologie zu sehen, die stammt aus einem gerade veröffentlichten Artikel von Harald Miek mit dem Titel Forms of Research within Strategies for Implementing Undergraduate Research. Also auch da geht es ums forschende Lernen in der Zeitschrift für Hochschulentwicklung. Miek buchstabiert hier aus, welche Forschungspraktiken, das ist in der oberen Reihe, also Collecting Data, Hermeneutics and so on. Also ich zähle das jetzt nicht alles auf, das wäre ein bisschen redundant. Also welche Forschungspraktiken, mit welchen Methoden, das steht dann in der zweiten Reihe, wie operationalisiert, dritte Reihe und formalisiert, das ist dann wieder in der Reihe darunter, welche Wissensformen erzeugen. Das ist ganz charmant, weil auch er kommt hier auf Aristoteles, er benutzt hier die ganzen griechischen Terme wie Episteme, Sophia, Phronesis, Techne, also alles Wörter aus der eigentlich antiken Epistemologie, die er für die Wissensformen einsetzt. Finde ich ganz interessant. Und natürlich in der vorletzten Zeile zeigt er, in welchen Disziplinen, die typischerweise benutzt werden oder erzeugt werden, diese Formen von Wissen oder eine wichtige Rolle spielen. Und ganz unten steht dann, inwiefern sie für Undergraduate Research relevant werden können, ob sie leicht oder schwer sozusagen zu nutzen sind für diese Form von Forschung. Interessant ist für mich hier vor allem aber eins, also wir haben hier diese Tabelle mit jede Menge Praktiken und einen sehr genauen Blick auf die Formen und Möglichkeiten des Forschendenlernens in unterschiedlichen Disziplinen. Etwas jedoch bleibt implizit oder latent, nämlich es ist ein bisschen wie in der Geschichte, und jetzt muss ich gleich Englisch sprechen, die David Foster Wallace im Jahr 2005 in seiner berühmten Commencement Speech am Canyon College erzählt hat. Ich weiß nicht, die kennen wahrscheinlich viele von ihnen. Und ich erzähle mal diese Geschichte jetzt auf Englisch, weil in Übersetzung würde das nicht so schön klingen. Das dem Wasser analoge Element, in dem sich Wissenschaft bewegt, ist das Schreiben. Die Forschungsaktivitäten in den Disziplinen bewegen sich so selbstverständlich im Schreiben, dass die Schreibaktivitäten, die sie begleiten, in dieser Darstellung nicht auftauchen müssen. Sie sind aber omnipräsent und im Folgenden möchte ich ein bisschen näher anschauen, wie und in welcher Weise sie wichtig sind. Zunächst zu einer ganz unbestrittenen Funktion des Schreibens, nämlich Publizieren. Rudolf Stichweh, Wissenschaftssoziologe, beschreibt Disziplinen folgendermaßen. In kognitiver Hinsicht sind Disziplinen eine selbstreproduzierende Population von Begriffen, Theorien und Methoden. In sozialer Hinsicht handelt es sich bei ihnen um Gemeinschaften von Spezialisten. Kommunikativ ruhen Disziplinen auf Populationen von Publikationen, die mittels Zitationen auf frühere Publikationen referieren und mittels prinzipiell kontingenter Akte des Referierens die Grenzen des Sozialsystems Disziplinen laufend neu definieren. Forschung existiert erst für die jeweilige Disziplin, wenn sie publiziert ist, das heißt, wenn sie aufgeschrieben wurde. Publikationen konstituieren Disziplinen und durch sie leben und verändern sich Disziplinen. So wird das Schreiben auch in vielen Publikationen zum Forschenden-Lernen-Thema. Am Ende des Projekts wird die Forschung aufgeschrieben. Dazu braucht es technikenwissenschaftlichen Arbeitens. Das ist eine Semantik, die ebenfalls tief blicken lässt. In ihr wird nämlich wissenschaftliches Schreiben mit wissenschaftlichen Tun in eins gesetzt, also technikenwissenschaftlichen Arbeitens. Wieder wird es benannt, indem es entnannt wird. Was aber leider in vielen Publikationen zum Forschenden-Lernen nicht oder nur in Andeutungen vorkommt, ist das Schreiben vor dem Schreiben, also vor dem Fertigmachen sozusagen des Textes, vor der Publikation. Das heißt, das Schreiben im Prozess der Forschung. Ja, und damit bin ich schon beim zweiten Teil meines Vortrags, nämlich das Schreiben vor dem Schreiben. Unsichtbar bleibt in den offiziellen Diskursen oder in den didaktischen Kursen leider oft das Schreiben unterhalb der Publikation, der Haus- oder Abschlussarbeit, das heißt, der veröffentlichten oder eingereichten Texte die Forschung darstellen. Diese Illustration soll die Vielfalt der Dimensionen und Möglichkeiten des wissenschaftlichen Schreibens andeuten. Sie sehen hier mehr oder weniger flüchtige, vorläufige, im Verlauf von Experimenten, Datenerhebungen, gedanklichen Entwicklungen entstandene Prozessspuren. Sie sehen Handschriften, Typoskripte, Skizzen von Experimentaufbauten, Berechnungen, Tafelanschrieb. Die Schreibwelten, die hier aufscheinen, sind disziplinär und individuell höchst divers. Und auch sie zeugen davon, dass das Schreiben im Sinne von Symbolproduktion, das heißt, dazu gehören für mich auch Tabellen, Zeichnungen, Listen, Kurven etc., also symbolische Fixierungen von Denkerkenntnis- und Wissensprozessen, nicht nur im Zentrum öffentlichen Kommunizierens der Wissenschaften steht, sondern auch eine wissenschaftliche Praktik im Prozess der Forschung ist. Und zwar überall. Also das behaupte ich jetzt einfach mal, also man soll keine Allaussagen machen, aber ich bin überzeugt, dass Leute, die ernsthaft forschen, irgendwelche Formen des Notierens, des Schreibens nutzen müssen im Prozess. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das sozusagen ausbleibt bis zur Niederschrift sozusagen des Werks. Um diese Formen des Schreibens soll es im Folgenden gehen und ich nenne es jetzt mal hier also als Arbeitstitel konzeptionelles Schreiben. Hier habe ich mal versucht, in dieser Darstellung das schematisch darzustellen. Die drei Spalten repräsentieren drei konstitutive Felder des Bezugssystems. Forschen. Rechts sind die Praktiken. Beispiele sind das empirische Forschen im Labor oder im Feld, das Forschen an Texten und Quellen, das Bearbeiten von theoretischen oder praktischen Problemen und das Herstellen auch von Werken. Das ist nicht erschöpfend, aber ich hoffe, es wird klar, was gemeint ist. Die Arbeit am jeweiligen Objekt oder Gegenstand, die auf neues oder originelles Wissen aus ist. Links sieht man die in Publikationen fassbare Disziplin, also die bestimmte Textgenres, Formen und Konventionen, Fachsprachen, Begriffe, Theorien und Relevanzkriterien aufweist. Und in der Mitte, das ist das, woraus mir jetzt hier ankommt, sind die konkreten, spezifischen, in den jeweils besonderen aktuellen Forschungsprojekten stattfindenden Wissensgenerierungsprozesse. Hier arbeiten Forschende an Beiträgen und meine These ist, dass sie das schreibend und sprechend tun. Denn wissenschaftliche Wissensproduktion bedeutet, Beobachtungen, Ideen und Gedanken in Sprache zu transformieren, in Aussagesätze, Fragesätze, Beschreibungen, Beweise, Ableitungen und Argumente. Und dabei auf die Arbeit und das heißt auch auf Aussagen wiederum anderer Forschender Bezug zu nehmen. Also das ist ein durch und durch sprachliches Unterfangen. Kurz Wissen ist erst Wissen, wenn es sprachliche Form hat, weshalb das Schreiben, das die Forschung begleitet, Teil des Forschens ist. Und wie bezieht sich dieses Schreiben als Element des Forschens auf die beiden anderen Felder? In grundsätzlich allen Disziplinen muss gelesen werden, um zu forschen. Die Arten des Lesens und des lesenden Schreibens im Prozess unterscheiden sich gewaltig voneinander. Dass es aber getan werden muss, steht außer Frage. Den Stand der Forschung oder Diskussion zu kennen, ist nötig, um einzuordnen und auch zu rechtfertigen, was in den eigenen Forschungsprojekten getan wird. Es ist nötig, um sozusagen den Platz der eigenen Forschung im jeweiligen Feld zu bestimmen und das am Ende auch zu erklären. In einigen Disziplinen wird von der Lücke gesprochen, in anderen gibt es andere Semantiken, um die Relation zu dem zu bestimmen, was schon da ist. Also Kritik oder Vertiefung oder Befragung oder so. Also da gibt es unterschiedliche Wörter für. Also von der Forschungslücke wird, glaube ich, nicht überall gesprochen. Man bestimmt in den harten empirischen Wissenschaften. Ja und jetzt kommt die andere Seite. Natürlich bezieht sich das Schreiben als Element des Forschens auch auf die konkreten Forschungspraktiken und das, was durch sie beobachtbar wird. Es dient der Dokumentation, Strukturierung, gedanklichen Verarbeitung dessen, was in der Arbeit mit oder an den Forschungsobjekten passiert, gefunden, beobachtet und erfahren wird. Und wie gesagt, in meiner weiten Definition gehört zum Schreiben auch das Entwickeln von Tabellen und Grafiken und so weiter. Also auch das Zeichnen und Kritzeln und so weiter. All das gehört für mich also in dem Moment, wo man einen Stift in die Hand nimmt oder an irgendeiner Tastatur herumarbeitet, würde ich das als Schreiben, als sozusagen objektivieren, zu Papier bringen, in symbolischer Form, was man sozusagen im Kopf hat, bezeichnen. Ja und jetzt komme ich nochmal zurück zu diesem mittleren Ring, in dem das Schreiben und versprachlichende, verknüpfende, wissensstrukturierende Denken seinen Ort hat. Das ist, wenn es um die Erzeugung objektiven, das heißt wahrheitsfähigen oder durch Beweise abgesicherten Wissens geht, trotzdem zunächst subjektiv oder gruppensubjektiv, weil die handelnden WissenschaftlerInnen es durch ihre Überlegungen und Interpretationen entwickeln und setzen müssen. Es ist dynamisch, es ist prozesshaft, entsteht Schritt für Schritt in der Auseinandersetzung mit den jeweils unterschiedlich beschaffenen disziplinären Gegenständen und natürlich auch mit den Theorien und Methoden der Disziplin selbst. Also es ist ein dynamischer Akt. Und auf diesem Feld, also wenn man Disziplinen sozusagen unter evolutionären Gesichtspunkten beschreibt und als sich entwickelnde, da passiert sozusagen die Erzeugung von Variationen. Hier wird die also vorbereitet. Das heißt, hier, um es pathetisch auszudrücken, wagen sich WissenschaftlerInnen und Wissenschaftler, etwas anderes zu denken und zu sagen, als das schon Bekannte. Das erfordert auch so etwas wie Mut, denn im individuellen Vollzug herrscht immer auch Unsicherheit, die methodisch nicht völlig beherrscht werden kann. Und ja, manchmal frage ich mich oder jedenfalls an dieser Stelle habe ich mich gefragt, ob diese genuine Unsicherheit, also die wirklich eine Unsicherheit ist, die zu dem Prozess selbst gehört, ob die vielleicht dazu beiträgt, dass über die durch die Schreib-Denkt-Aktivitäten während des Forschens gekennzeichnete Hinterbühne der Wissenschaften in der zumindest didaktischen Literatur und auch in der Lehre nicht so viel gesprochen wird. Also es ist ja schwierig sozusagen dieses Unsichere. Also wenn man sagt, ich will was beibringen oder erklären, dann geht man oft eben auf diese allgemeine Ebene, auf der man auch tatsächlich Dinge sagen kann, die man für wahrheitsfähig hält. Und auf diese Ebene sozusagen des unsicheren Tuns und Probierens, des Beziehens, des Allgemeinen sozusagen auf das Besondere des jeweiligen Forschungsprojekts zu gehen, ist schwierig, außer man arbeitet eben konkret zusammen an einem Forschungsprojekt. Also nochmal hier, das ist eine Abbildung aus einem Aufsatz von ethnografisch arbeitenden Soziologen, die Schreibende in ihrer Disziplin sozusagen videografiert und interviewt und auch Reading-aloud oder Thinking-aloud-Protokolle angefertigt haben, um so ein bisschen zu fassen, die Schreibpraktiken in ihrem Fach. Und diese Illustrationen zeigen so schön, deswegen habe ich sie hier mal reingespielt, wie das eine wirklich auch körperlich anstrengende Sache ist. Also dieses Denken am Schreibtisch, der Versuch sozusagen das, was man im Kopf hat und was ja eine ganz andere Form im Kopf hat, als es dann auf dem Papier haben wird, sozusagen in Sprache zu bringen, das ist eine harte Arbeit und nicht zuletzt auch deswegen, weil man immer wieder Entscheidungen treffen muss, für die man dann auch einsteht. Im Prozess kann man die zwar immer wieder revidieren, aber irgendwann steht es dann da. Und das ist, also diese Dimension finde ich sehr, sehr wichtig, also hervorzuheben. Also ich glaube, es ist wirklich eine der anstrengendsten Aktivitäten, die wissenschaftlich Arbeitende sozusagen zu bewältigen haben. Und das kann durch Methoden zwar unterstützt werden, also es zeigt ja auch die Arbeit von Schreibzentren, also die Beratungsarbeit und die Methodologie, die da entwickelt worden ist und die auch tatsächlich auf das Subjekt und auf die Prozesse guckt, aber eben nur unterstützt werden. Letztlich kann es nicht, es ist nicht algorithmisch nach Rezept zu vollziehen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den ich jetzt hier nochmal ein bisschen vertiefen möchte. Der Biologe und Wissenschaftshistoriker Hansjörg Reinberger spricht hier vom Unwägbarkeitsaspekt wissenschaftlichen Arbeitens. Also der hat sich auch mit diesen Prozessen sehr intensiv beschäftigt und sagt, dass in Forschungsprozessen Kontingenz ausgehalten und Komplexität bewältigt werden muss. Das ist uns auch allen klar. Alle, die jemals sich mit sowas beschäftigt haben, wissen das. Und die Punkte, die ich jetzt hier mal versucht habe zu sammeln, die das nochmal sehr stark unterstreichen sollen, ist, dass die Ergebnisse, zumindest wenn es wirklich Forschung sein soll oder wenn man ergebnisoffen arbeitet, wie es eben beim Forschenden arbeiten, egal ob im Studium oder dann for real ist, also sind die Ergebnisse am Anfang noch nicht klar. Man hat Hypothesen, aber die können auch falsifiziert werden. Es müssen auf der Mikro-, Meso- und Makroebene, also wirklich Mikroebene, welches Wort nutze ich jetzt hier, welches Adverb oder Adjektiv, Meso, also was ist der nächste Schritt und auf der Makroebene, also wie, was stelle ich ins Zentrum meiner Arbeit zum Beispiel, müssen dauernd Entscheidungen getroffen werden. Also was genau habe ich beobachtet, wie formuliere ich das, was folgt daraus, was mache ich als nächstes. Das ist hoch anstrengend und es ist hoch unsicher sozusagen im Prozess. Dauernd hat man, und das kennen wir alle aus dem eigenen Arbeiten und vor allen Dingen auch aus der Schreibberatung, man hat die Sorge, man geht in die falsche Richtung oder die Entscheidung, die man jetzt getroffen hat, ist vielleicht, das ist ein Element von Schreibblockaden, würde ich sagen. Aber eben auch, könnte man sagen, ich würde Schreibblockaden weiterfassen, auch von Forschungsblockaden. Also weil natürlich auch im Hinblick auf den gesamten Forschungsprozess das gilt. Also welches Buch, welche Bücher muss ich lesen und welche muss ich wirklich zitieren? Naja und jede einzelne Handlung gewinnt ihren Sinn aus der Gesamtkoordination des Prozesses und das Gelingen dieser Gesamtkoordination hängt wiederum von jeder einzelnen Handlung ab und je intensiver die Beschäftigung mit dem Material ist, desto zahlreicher sind alternative Möglichkeiten, das Material zu verarbeiten. Und man muss Richtung und Endpunkt der Forschung immerzu neu justieren und halten, also während man es tut. Irgendwann muss man natürlich die Sache auch beenden, aber im Prozess ist das so. Und einerseits ist diese Unmerkbarkeit das, was Forschung oder wissenschaftlich-akademische Erkenntnisproduktion zu so einem fantastischen Menschheitsprojekt macht, aber dass am Anfang noch nicht klar ist, was am Ende herauskommt, beziehungsweise dass Hypothesen auch falsifiziert werden können und Entdeckungen manchmal auch ausbleiben können, macht den Prozess aber auch riskant und unsicher und kann für Forschende manchmal quälend und auch ängstigend sein. Ein elementarer Bestandteil des Studiums besteht darin, Erfahrungen mit diesem Aspekt fachlichen Handelns zu machen. Also das muss passieren, meines Erachtens. Wenn man das vermeidet dann oder wenn das Curriculum solche Gelegenheiten nicht häufig genug sozusagen anbietet, dann ist es ein großes Problem, weil man dann die zentralen Dinge eigentlich nicht gelernt hat. Man arbeitet an einer Fragestellung und niemand kann einem sagen, was rauskommen muss. Zu lernen, sich in solche Prozesse zu begeben und Erfahrung damit zu machen, was fachlich getan werden kann, um sie zu einem Ergebnis zu bringen, das fachlichen Qualitätsstandards genügt, das ist wichtig nicht nur für Absolventinnen, die selbst Wissenschaftlerinnen werden möchten. Es ist auch wichtig für diejenigen, die nach dem Studium in akademischen Berufen arbeiten, die Lehrer, Ingenieurinnen, Manager, Ärztinnen, Rechtsanwältinnen, Programmierer oder sowas werden oder einfach Bürgerinnen einer modernen Gesellschaft. Über diese Kontingenz, Umgangskompetenz könnte noch viel mehr gesagt werden, aber zurück zum Schreiben im Forschen. Letztlich sollte, das hat auch, das stammt auch aus einem Text von Hans-Jörg Reinberger, der hat in einem Interview gesagt, letztlich sollte man einmal schauen, ob nicht das Schreiben für die Geisteswissenschaftler so etwas wie ein Experimentalsystem darstellt. Diesen Gedanken finde ich auch extrem produktiv. Für Geisteswissenschaftlerinnen, deren Forschungsobjekte oder Gegenstände selbst sprachlich oder symbolisch verfasst sind, ist das Schreiben ein zentrales Feld der Erkenntnis- oder Wissensproduktion. Das Schreiben selbst setzt Erkenntnisprozesse in Gang, ist fixiert, macht Gedanken sichtbar, erlaubt es, sie aus der Distanz ins Auge zu fassen und Entscheidungen darüber zu treffen, wie man sie mit anderen Gedanken in Verbindung bringt. Das Schreiben und Lesen ist in der Phase der Forschung, das heißt der vertieften Beschäftigung mit einer Fragestellung, die zentrale Form ergebnisoffenen Tuns, in dem Neues und oder Eigenes generiert wird. Auch in den experimentellen Naturwissenschaften ist das Schreiben Werkzeug im Prozess der Erkenntnisgewinnung. In ihrem Buch zum Schreiben und Publizieren in den Naturwissenschaften schreiben Ebel und Bliefert, so protokollieren sie die genauen Versuchsbedingungen und Abweichungen in der Versuchsführung gegenüber einem anderen Experiment. Selbst momentane Überlegungen und Deutungsversuche, die später wieder von Interesse sein mögen, können sie notieren. Also es ist im Grunde dasselbe, nur in einem anderen Kontext. Aber auch hier Gedanken notieren, Deutungsversuche notieren, um sie hinterher zu nutzen und weiter damit umzugehen. Es ist klar, dass das in den Naturwissenschaften völlig anders dann am Ende aussieht, auch anders geschrieben wird, dass der Text auch eine andere Bedeutung hat. Aber auch hier wird mit Schreiben gedacht. Schließlich kommen ja auch Ergebnisse von Experimenten nicht unmittelbar in den publizierten Text, sondern werden in Laborbüchern vorbereitet, die Forschende als Planungs- und Arbeitsinstrument dienen und auch als Arbeitstagebuch. Denken, das heißt die disziplinangemessene Interpretation von Beobachtetem, Gemessenen, Gelesenen durch schrittweise Versprachlichung, findet auch hier im Schreiben statt. Nur nach anderen Regeln und mit anderen diskursiven Zielen als in den Geisteswissenschaften. Und es ist klar, dass ich das in Leimann setzen muss. Was ich hierüber sage, das weiß ich sozusagen durch Hearsay oder durch Kooperationen oder durch Schreibberatung mit Menschen, die in diesen Feldern arbeiten. Aber ich glaube, das lässt sich so behaupten. Und es wird nochmal weiter gestützt, wieder durch den Hansjörg Rheinberger. Also der ist auch bekannt für seine wissenschaftshistorischen Studien zum Labor. Also der hat sozusagen sowohl wissenschaftshistorisch und theoretisch zum Labor gearbeitet. Und der ist so habilitierter Molekularbiologe und hat auch als Molekularbiologe gearbeitet. Deswegen ist er wirklich ein Zeuge, den man hier anrufen kann, weil er aus eigener Erfahrung weiß, dass das, wovon er hier spricht. Und er sagt, wenn man das Schreiben beziehungsweise die Arbeit auf Papier aus der Perspektive des Labors betrachtet, hat man es mit einer Zwischenwelt zu tun, genauer gesagt mit einem intermediären Feld von Aktivitäten, das sich zwischen dem Labortisch und der gedruckten Version eines wissenschaftlichen Aufsatzes erstreckt. Zu diesem intermediären Feld gehören das Notieren, das Skizzieren und alle Arten von Praktiken, die es ermöglichen, Ideen zu fixieren oder andersherum Ideen überhaupt erst hervorzubringen. Also eigentlich ganz analog der Gedanke. Also Sie sehen, dass mich das beschäftigt, also weil Aussagen zu machen, zum Schreiben in der Forschung, da muss man muss man auch noch mal nachgucken, ob das wirklich stimmt. Aber ich glaube, man kann das so sagen, auch wenn es, wenn es immer wieder Naturwissenschaftler geben mag, die dann sagen, ja klar, aber also deswegen muss man sich damit nicht unbedingt so intensiv beschäftigen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch für oder ich habe es auch erlebt, für Naturwissenschaftler interessant ist, das in dieser Weise zu tun. Diese Darstellung, die nutze ich in meinen eigenen Seminaren für Studierende und Doktorandinnen, die Hausarbeiten, Abschlussarbeiten, Paper und Dissertationen schreiben. Und hier sieht man also diese runden Felder in der Mitte, die beschreiben Aktivitätszonen im Forschungsprozess. Also das Planen, die Arbeit mit Material und Literatur, die Strukturierung eigener Erkenntnisse und schließlich die Arbeit am Textprodukt. Und die eckigen Felder, die sozusagen zu den runden Feldern dazugeschrieben worden sind, die bringen Beispiele für Textarten, die in diesen Aktivitätszonen genutzt werden, um Prozesse voranzutreiben und vor allem, um den Überblick immer wieder zurückzugewinnen, der im Hin und Her zwischen Gesamtkonzeption und Detailarbeit auch schon bei Haus- und Seminararbeiten immer verloren gehen kann. Wer ergebnisoffen wissenschaftlich arbeitet oder forscht, muss Komplexität koordinieren. Um hier nicht unterzugehen, ist Schreiben im Prozess unverzichtbar. Ja, und Lehre kann Studierende dabei unterstützen, sich solcher für Forschende in jeweils ganz unterschiedlicher Weise üblichen Methoden zu bedienen. Eine wesentliche Bedingung hierfür ist, dass Lehrende realistisch und erfahrungsbasiert über eigene Formen der Prozessorganisation beim forschen und wissenschaftlichen Arbeiten sprechen, während sie Studierende bei Forschungs- und Schreibprojekten begleiten. Ja, womit ich beim Thema Lehre wäre, ich will nur noch kurz auf Möglichkeiten eingehen, das Forschende studieren in Seminaren und Kolloquieren zu begleiten und auch hier Geschriebenes zu nutzen. Dazu nehme ich jetzt nochmal die ein bisschen abgewandelt, die Darstellung auf, die ich am Anfang angezeigt habe. Also ich versuche damit zu zeigen, wie Lehrende schriftliche Prozessprodukte forschen, studieren dazu Grenzobjekten fachlicher Inkulturation machen können. Also das ist ja so die Grundidee. Also ich habe die Darstellung wieder aufgenommen und in der ich am Anfang die zentrale Bedeutung des Schreibens in Forschungsprozessen herausgestellt habe. Und das ist rechts jetzt ganz unverändert. Die Praktiken des Forschens am Gegenstand sind dann nochmal aufgeführt. Und mittig ist es nur leicht verändert, nämlich da geht es, wie auch in der ersten Darstellung, um das Wissenverarbeitende und konstruierende Schreiben im Prozess des Forschens. Und links ist jetzt nicht mehr die Disziplin mit ihren Publikationen und Normen, sondern das Kolloquium oder Seminar als konkrete Repräsentation des fachlichen Diskurses. Diesen Raum habe ich metaphorisch als Probebühne bezeichnet. Und ich hoffe, es wird dann nochmal klar, wie das gemeint ist. Nämlich also die Studierenden, die zunächst alleine oder in Gruppen im Labor, in der Bibliothek oder am heimischen Schreibtisch ihre eigene Erkenntnisproduktion im Hin und Her von Gegenstandsbearbeitung und Beobachtung, Dokumentation, Lektüre und so weiter vorantreiben. Also hier also das Schreiben im Zusammenhang mit den jeweils fachlichen Forschungspraktiken als Experimentalsystem nutzen. Die erarbeiten dabei Zwischenprodukte. Und diese Zwischenprodukte, Konstruktionsentwürfe, Datendarstellung, Entwurfsversionen, Gliederung, diese Zwischenprodukte, die können dann Gegenstand der Fachdiskussion im Plenum werden. Und hier in der Probeöffentlichkeit, in der ein oder am besten noch mehrere erfahrene Lehrende als Expertinnen für fachliche Forschung den Austausch leiten, wird zum einzelnen spezifischen Projekt Rückmeldung gegeben. Es werden Empfehlungen ausgesprochen und es wird diskutiert. Lehrende bringen ihre Erfahrungen ins Spiel, auch durch Erzählungen, Beschreibungen eigener Praktiken, durch Literaturhinweise, Beispiele, aber vor allem durch den genauen Blick darauf, was hier an diesem spezifischen Projekt getan werden könnte und was getan worden ist. Also sozusagen einer wirklich intensiven kritischen Auseinandersetzung mit dem Projekt, was auf dem Tisch liegt. Also Modelle, die ich da erkenne, jeder hat das dann tatsächlich ausgedruckt vor sich und es wird durch den Text gegangen und der Text wird genutzt sozusagen als Ausgangspunkt für eine Diskussion nicht nur, das kennen Sie auch alle aus Kolloquien, nicht nur über das, was dann hinterher geschrieben sein wird, sondern auch über die Forschung selbst. Also auch darüber, was man unter Umständen in der Forschung noch mal weitermachen sollte. Und das Tolle an dieser Art von Kolloquialer Situation, also das ist so eine Stelle, wo ich jetzt gedacht habe, das ist eigentlich wahnsinnig banal, weil das kennt jeder. Aber das noch mal hervorzuheben, ist glaube ich wichtig. Das Tolle ist, dass sich alle Beteiligten im Prinzip darin üben, sozusagen fachlich zu urteilen und zu begründen. Also das Fachliche wird nicht bloß allgemein oder irgendwie, sondern ganz konkret am Fall und aus dem Fall heraus zum Thema. Und Rückmeldungen und Anregungen, auch Korrekturen, die die einzelnen Studierenden hier erhalten, nehmen sie dann wieder zurück in ihre eigene Forschungsarbeit. So werden Entwicklungen möglich und so eignen sich die Studierenden die Haltung und epistemischen Praktiken an, die das jeweilige Fach ausmachen. Noch einmal, was passiert eigentlich in diesen probeöffentlichten Austauschsituationen? Also erstens, es wird die spezifische Aufgabenart, das Feld und der Sinn der jeweiligen Sache besprochen. Also wirklich am einzelnen Projekt. Dann wird in den Formen gesprochen und reflektiert, die für das Fach charakteristisch sind. Also die Forschenden, Studierenden urteilen, bewerten und entscheiden vor dem Hintergrund der Diskussion selbst. Also diejenigen, die die Projekte sozusagen bearbeiten, die übernehmen für ihr Projekt Verantwortung und werden dabei durch die Fachdiskussion gestützt. Und es wird auf erfahrungsbasierendes stilles Handlungswissen beim Besprechen spezifischer Projekte mit allgemeinen Methoden und Fachwissen verknüpft. Und es wird deutlich wie Urteile und Entscheidungen immer wieder auf den Einzelfall bezogen werden müssen. Also das bedeutet ja Kompetenz sozusagen im wissenschaftlichen Arbeiten und sowohl im Fach als auch in den Berufen, die man unter Umständen erlernt oder die man in dem Fach, durch das Fach erwirbt. Naja und das, weitere Dinge, die passieren, die Kunst, die geübt und entwickelt wird, ist spezifische Entscheidungen zu treffen, abzuwägen und darüber zu urteilen, was in welchem Einzelfall passt und worauf es ankommt. Und die Lehrperson als Expertin oder die Lehrpersonen, am besten ist sogar, wenn es zwei Experten gibt, die sozusagen vor dem Publikum miteinander diskutieren, dann sieht man nämlich, dass es nicht eine wahre Meinung oder nur einen Weg gibt, sondern dass das etwas ist, was auch zwischen Wissenschaftlern erörtert werden muss, worum es da geht. Also die sind Role Models und sie teilen ihr Erfahrungswissen und sie vertreten die Sache, also die fachliche Form der Wahrheitssuche, um die es in diesem speziellen Fall geht. Und das Ganze geschieht am intermediären Text und die Studierenden machen sich Notizen, die in die weite Arbeit eingehen. Noch einmal zum Wert des gemeinsamen Arbeitens an der jeweiligen Sache. Also ich glaube, das ist so ein bisschen jetzt der Punkt, auf den ich während der Vorbereitung des Vortrags wirklich nochmal sehr gekommen bin und der, glaube ich, auch in meiner Studienerfahrung extrem wichtig ist. Also man arbeitet an der Sache. Studierende können nämlich nicht unmittelbar von Lehrenden bearbeitet werden. Also das geht irgendwie nicht. Lehre besteht darin, Neulinge im Feld beim Handeln lernen zu unterstützen. Das heißt, Lehrende können, wie Meisterinnen in der Werkstatt im Grunde, zeigen, worauf es ankommt, indem sie zusammen mit der durch die anwesenden Kommilitoninnen vertretenen Fachgemeinschaft Rückmeldungen, Hinweise, Techniken und vor allem Erfahrungen mitteilen. Vor allem aber zeigen sie durch ihren Umgang mit den schriftlichen Werkstücken, die dann davor liegen, worauf es ankommt. Und sie machen vor, dass das Lernen in den Wissenschaften nie aufhört, dass Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven und mit unterschiedlichen Mitteln bearbeitet werden können und dass es immer um die Sache geht. Gute fachliche Arbeit, die, weil es Wissensarbeit ist, in und durch Texte entwickelt wird. Die Lehrhaltung, die dazu gehört und die Lehrende einnehmen, die Forschendes Studieren in der hier beschriebenen Form ermöglichen, die habe ich mal versucht zu fassen und versuche ich jetzt mal so zu beschreiben. Es geht um die jeweilige Sache und zwar im Ernst. Also der oder die Lehrende konzentriert sich darauf und zeigt dadurch, worauf es ankommt. Das Lernen der Studierenden ist nicht das besprochene Thema. Also es geht nicht darum, du musst das und das lernen, sondern es geht um hier das, wie kann man das machen und was ist dafür wichtig. Und zwar, wie gesagt, im Ernst. Also es findet statt, weil ernsthaft an der Sache gearbeitet wird. Und also dieses Lernen der Studierenden. Und der zweite Punkt, der ganz wichtig ist, nichts ist dabei gleichgültig. Es wäre ganz fatal, wenn Lehrende in dieser Situation mit der Arbeit der Studierenden umgingen, als müsse man es nicht so genau nehmen, weil es sich ja um keine echten Arbeiten handelt. Es handelt sich um echte Arbeiten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig in dieser Situation. Und so lernt man was. Also dass das nicht, naja, es ist ja nicht so wichtig, ist. Und der dritte Punkt, nichts ist selbstverständlich. Dadurch löst sich die Vorstellung, die Lehrenden als Wissenschaftlerinnen hätten schon jede Frage gelöst. Also dass sozusagen auch die Lehrhaltung ist, nee, nee, gucken wir doch da nochmal genau hin und da bedarf es vielleicht nochmal Recherche. Oder das lernt auch mal sagen, das weiß ich nicht. Also die größten, also die erfolgreichsten Lehrenden in meinem Studium waren solche Lehrenden, die gesagt haben, oh, das müsste ich selber nachsehen oder das müsste ich herausfinden. Und die dadurch sozusagen diese Vorstellung auflösen, hier ist die Wissenschaft und das wissen. Und da sind die Lernenden, die nichts wissen. Wenn die dann aber da angekommen sind, dann wissen die auch alles. Das ist ja eigentlich nicht so realistisch. Und es ist auch nicht sehr hilfreich für die Studierenden. Ja, und der letzte Punkt, und der ist eben jetzt im Hinblick auf dieses Thema Schreiben im Forschen besonders wichtig, der studentische Text wird ernst genommen und als Klärungsinstrument behandelt, also im Weg des Forschens, also während des Forschens. Und damit komme ich natürlich auf Wilhelm von Humboldt zurück und will einfach nochmal die meist zitierte Stelle, die ich erst tatsächlich am Ende der Vorbereitung des Vortrags nochmal gefunden habe und gedacht habe, ja, der sagt es auch. Also was sagt das jetzt über mich und meinen Vortrag? Egal. Also es passt jedenfalls. Er sagt, es ist ferner eine Eigentümlichkeit der höheren wissenschaftlichen Anstalten, dass sie die Wissenschaft immer als ein noch nicht ganz aufgelöstes Problem behandeln und daher immer im Forschen bleiben, da die Schule es nur mit fertigen und abgemachten Kenntnissen zu tun hat und lernt. Das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler wird daher durchaus ein anderes als vorher. Der erstere ist nicht für die Letzteren. Beide sind für die Wissenschaft da. Dass schriftliche Zwischenprodukte zu diesem Treiben dazugehören, wie das Wasser zu lebendigen Fischen, hoffe ich deutlich gemacht zu haben. Wie und welche schriftlichen Zwischenprodukte Lehrende in der Seminar- oder Labor- oder kolloquialen Situation nutzen und an welchen Stellen im Curriculum, darüber entscheiden sie am besten selbst. Denn sie selbst wissen am besten, was sich im jeweiligen Fach- und Forschungskontext am besten eignet und auch im Curriculum. Also das ist eine Sache, die man nicht sozusagen ex cathedra sagen kann. Das muss da sein und es muss da sein. Ich glaube, das Wichtigste, was man sagen kann, ist, es muss passieren und es muss häufig passieren. Sonst kann es nicht gelernt werden. Und ja, also ich könnte da noch viel erzählen von Modulbeschreibungen, die dann manchmal so missverständlich geschrieben sind, dass man den Eindruck hat, das ist dann danach gelernt und fertig. Das ist es eben nicht. Das ist ein unabschließbares Lernen. Und darauf kam es mir jetzt an, das in diesem Vortrag zu sagen und darauf, dass das Schreiben dabei eine ganz große Rolle spielt. Vielen herzlichen Dank.